Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zurück bei einem neuen Vlog. Ich fühle mich ein bisschen, als wäre das so ein Sit-Down-Video, aber ich habe schon ein bisschen was geflockt. Vielleicht vlogge ich auch noch ein bisschen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wollte mehr so ein Intro machen und jetzt habe ich hier mir ein paar Sachen aufgeschrieben, über die ich mit euch reden könnte und jetzt mache ich irgendwie einen ganzen Haul draus, weil ich jetzt die letzten Wochen irgendwie eine mehr oder weniger unfreiwillige Pause gemacht habe. Manche waren vielleicht dabei auf Instagram bei meinem Livestream oder haben mich auf Instagram über meinen Herpes reden hören. Ich hatte den größten Herpes meines Lebens. Er ging über die halbe Unterlippe. Es war verrückt und komischerweise wieder, als ich bei meinen Eltern zu Hause war. Also das letzte Mal, ich hatte dieses Jahr nicht so viel Herpes. Aber die beiden Male, als ich bei meinen Eltern war, einen Tag nach der Ankunft schon. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder lasse ich Spannung ab oder Spannung baut sich auf. Es ist die Aufregung, es ist Stress. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ein Wochenende, also das Wochenende, nachdem meine Bachelorarbeit und alles damit zusammen irgendwie fertig war. Und ich glaube einfach, es hat damit zu tun und mit dem Maske tragen, im Zug und so. Und alle Leute empfehlen da ja auch was anderes. Ihr könnt mir glauben, ich habe alles probiert. Ich fahre einfach... Ich fahre einfach sehr gut damit, dass ich immer Sonnenschutz-Lippbaum trage. Kennt ihr ja, ist ja mein... was ich immer nehme. Dieses Lyranda, wobei ich jetzt so eine Aminosäure-Sache hatte. Weiß nicht, es hat auf jeden Fall zweieinhalb Wochen gedauert, bis es wirklich wieder weg war. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es seht, habe ich Probleme an den Mundminkeln. Und das hatte ich letztes Jahr auch, ganz lange über Monate und ich wusste nicht, was es war. Die wurden nicht wieder gut und jetzt ist es auch ein bisschen so. Ich glaube, es hat auch mit der Sonne zu tun vielleicht. Letztes Jahr hat es auf jeden Fall besser gemacht, dass ich dann Eisen supplementiere. Oder angefangen habe zu supplementieren. War... ging dann auch echt schnell weg. Aber jetzt nehme ich ja die ganze Zeit Eisen. Und als es jetzt kam, habe ich es auch nochmal erhöht, die Dosis. Ich habe aber gelesen, vielleicht liegt es auch an Vitamin B2-Mangel. Das habe ich mir jetzt auch geholt. Also so ein B-Komplex. Ich weiß jetzt nicht, meine Haut, gerade mein Mund macht echt Probleme. Und mein Auge hat dann auch noch angefangen, Probleme zu machen und tat weh. Ich weiß nicht, mein Körper lasst es gerade wieder ein bisschen aus. Und ich habe versucht, irgendwie runterzufahren. Aber oft passiert sowas ja, wenn du gerade runterfährst. Das ist dann so, dass dann die Dinge kommen, die dein Körper in sich gehalten hat. Deswegen... Love and Hate Relationship. Genau wie mit dem Sommer. Ich bin überhaupt kein Fan von dieser Hitze. Es... An der Oberlippe ist auch immer der Place zu schwitzen. Und meine Haare... Ich habe mir gerade einfach einen Waschlappen so auf den Kopf gelegt. Deswegen sehen die Haare vielleicht fertig aus. Und naja, ich mache einfach den hier. Und wir ignorieren das, dass ich ziemlich fertig aussehe. Heute ist aber eigentlich ein schöner Tag. Meine Mutter kommt heute. Und meine Eltern und meine Familie kommen nicht so oft nach Erfurt. Ich glaube, das erste oder zweite Mal, dass meine Mama richtig hier ist und hier schläft. Irgendwie einfach so, ohne dass irgendwie ein Umzug drumherum passiert. Und ich freue mich riesig auf sie. So eine kleine Angst ist immer dabei, dass irgendwie was auf der Autobahn passiert und so. Aber meine Mama kann schon gut fahren. Und ja, sie bleibt bis Sonntag. Wir wollen uns mal Weimar eingucken und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, inwiefern ich das vlogge. Ich glaube, eher auf Instagram. Auf Instagram bin ich tatsächlich relativ aktiv. Und es macht mir sehr, sehr, sehr Spaß, da aktiv zu sein. Und da ein paar Sachen zu posten. Instagram ist halt immer wichtiger für Influencer. Oft schreiben mich auch... Also Marken, mit denen du zusammenarbeitest, irgendwie Kooperationspartner, verlangen manchmal gar kein YouTube-Video, sondern einfach nur Instagram-Stories. Weil manchmal die Reichweite dieselbe ist. Wie dem auch sei, Instagram will ich weiterhin ausbauen. Trotzdem aber auf... Also so analog Fotos poste ich da ja immer. Und ich muss meinen Film mal zusammenkriegen. Ich habe immer noch nicht 36 Bilder geschossen. Das nervt mich ein bisschen. Die Anzeige ist auch kaputt. Ich weiß nicht, wo ich jetzt stehe. Aber ich habe keine Bilder mehr zu posten. Aber ist auch nicht so schlimm. Mach ich da mal ein bisschen halt. Und mache in diesem Vlog jetzt nichts weiter groß. Außer euch die paar Schlüpfe zu zeigen, die ich in Utrecht gefilmt habe. Und eben einen kleinen Haul. Und was so die letzten Wochen los war. Ich muss mich mal kurz sammeln. Und gucken, wo ich anfange. Vielleicht fange ich einfach... Wie ist das Wort? Chromatisch? Nee. Chronologisch. Chronologisch an. Ich habe ja nicht mehr gefilmt, seit ich die Bachelorarbeit abgegeben habe. Ich weiß gar nicht, ob ich sie euch... Doch, das habe ich gezeigt. Aber ich hatte auf jeden Fall nicht meine eigene Bachelorarbeit. Ich habe die dann auch irgendwann bestellt. Bevor ich mit meinem Freund nach Wuppertal gefahren bin. Das war jetzt letzte Woche. Und dann kam mir gesagt, der Riesenherbst. Ich hatte die Bachelorarbeit noch nicht. Aber jetzt habe ich sie heute abgeholt. Man erkennt irgendwie, was meine Lieblingsfarbe ist in diesem Video. Bachelorarbeit noch ohne Universität Erfurt. Das wirkt ein bisschen so, als hätte ich die alleine gemacht. Ist natürlich nicht so. Wir haben die zu sechs gemacht. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich den Anhang auch noch drücke und so. Aber ich habe jetzt das komplette Ding von Anfang bis Ende. Und ich freue mich auch, dass meine Mama heute kommt und das sich gleich angucken kann. Vielleicht gebe ich das auch mit nach Dresden, damit sich alle angucken können. Ich bin super, super stolz. Das ist so eine Leinenoptik. Dunkelblau. Das hat irgendwie 36 Euro gekostet. Das finde ich voll okay. Und mein Bruder... Äh, mein Bruder. Mein Freund hat es bei derselben Druckerei. Drucken lassen. Und dann können so unsere dann irgendwann nebeneinander im Regal stehen. Das ist so meine Vorstellung. Ja, das ist auf jeden Fall ein wilder Ritt. Das ist auch noch nicht vorbei. Wir müssen noch eine Präsentation machen. Und wir müssen noch Broschüre für diese Präsentation machen und so. Es läuft einfach die ganze Zeit weiter. Und man kann auch nicht so richtig damit abschließen. Ähm. Aber ja, ich bin jetzt eine Bachelorette. Als ich in Dresden war, gab es da auch eine riesen... Ich weiß nicht. Ich habe da ja auch schon mal so ein bisschen angefangen. Darüber zu reden. In meinem Livestream. Ich kann noch gar nicht so richtig Worte finden. Weil vielleicht merkt ihr das auch. Ich kann mich gar nicht so richtig darüber freuen. Weil irgendwas ist noch dahinter. Ich bin jetzt auch noch nicht mit dem Studium fertig. Wahrscheinlich kommt die große Freude dann. Aber wir hatten dann so ein Essen mit einer Freundin von meiner Mutter. Und irgendwann ist ja auch später am Abend... Ich war todmüde und wir sind nicht gegangen. Und sie war einfach angekotzt. Und dann kam aber das Gespräch, auf mich zu sprechen. Und auf das Studium. Und wie wichtig das heute ist. Bla, bla, bla. Und dann kam es irgendwie raus, dass dieses Studium, was ich dafür so gegeben habe und irgendwie auch aufgegeben habe. Und immer diese Frage, war es das wert? War es mein Zusammenbruch damals wert? Mein Burnout, meine schwere depressive Phase. Das ist alles auch gewesen, weil ich irgendwo was studiert habe, was mich nicht zu 100% interessiert. Und das wäre bei jedem Studium, bei jeder Ausbildung, das wäre immer so gewesen. Weil ich einfach keine Person bin, die das befürwortet oder das gut findet, wie dieses Bildungssystem aufgebaut ist. Und dass es immer um Punkte geht, um Leistungen, dass sehr viel Druck dahinter liegt. Und ich eher jemand bin, der macht und eigene Sachen voran rin. Und diese eigenen Sachen habe ich ja. YouTube, die in dir. Und ich habe immer gesagt, ich hätte so viel mehr schaffen können, wäre das alles nicht gewesen. Und jetzt das letzte Jahr, einfach das Jahr, wo ich das Studium nicht so einfach so hinten anstellen konnte. Das habe ich vorher mir leisten können. Jetzt aber nicht. Diese ganze Bachelorarbeit, diese ganze Gruppe hing da dran. Und ich habe das mehr oder weniger auch für die gemacht, dass ich mich angestrengt habe. Weil ich selber, mir sind Noten egal. Mehr oder weniger. Ja, und ich frage mich halt so. Wir haben uns halt so gestritten. Die sind halt aus der Generation von, man braucht einen Abschluss, man braucht eine Ausbildung. Aber ich, ihr vielleicht auch. Ich kenne genug Leute, die es auch ohne geschafft haben. Wisst ihr, was ich meine? Trotzdem bin ich natürlich mega, mega dankbar. Und sie, diese ganzen Türen, die mir dieses Studium, dieser Abschluss irgendwo auch ermöglicht. Und kann auch dieser Abschluss von Kommunikationswissenschaft aus Erfurt, wenn ich jetzt irgendwie noch einen Master machen wollte oder so. Das würde richtig gut ankommen, dass ich schon mal eine Studie durchgeführt habe zum Beispiel. Habe ich jetzt auch drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich das aus dem Vlog aus Utrecht von der Autobahn rein geschnitten habe dann. Aber, ähm, ich weiß nicht. Ich hätte halt, wenn man meine Schulbildung, meinen Abschluss und meinen Lebenslauf ansieht, da werde ich ganz emotional, weil ich hätte alle Möglichkeiten. Ich will, also, was heißt, ich will sie nicht, aber es ist einfach, es ist so verrückt. Ich würde sie manchmal gerne anderen Leuten, die wirklich das wollen und darum kämpfen, abgeben. Und, ich weiß nicht, ich bin sehr, sehr dankbar, aber trotzdem so, ich weiß nicht, ich muss noch meinen Weg damit finden, dass ich jetzt jemanden bin, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich sie sein werde, so. Und, ich bin einfach so gespannt, vielleicht ist es auch einfach so eine tiefe Dankbarkeit und ich habe noch gar nicht realisiert, was ich so in den Händen halte und dass das so, so viel wert ist. Ich schätze, mir geht es einfach darum, dass ich mit dem, was ich jetzt habe und kann, so viel wie möglich anstelle und dass ich so weit wie möglich das, ähm, bringe. Und, dieser Job bei meinem Professor, jetzt wurde ich auch noch angefragt, ob ich bei den Eignungsfeststellungsverfahren dabei bin, also in Erfurt bei der Kommunikationswissenschaft gibt es das und ich habe das damals auch durchgemacht, diese Gespräche, dieser Test, dieses Bewerbungsschreiben. Jetzt werde ich selber gefragt, ob ich da Leute testen kann, bei Gesprächen dabei sein kann. Das ist eine große, große irgendwie Ehre und ich denke mal, irgendwas hast du richtig gemacht, Nora. Und das, obwohl du, obwohl dein Studium mir relativ egal ist, ich, ich weiß nicht, ich glaube, mir ist einfach wichtig, dass ich diese Insel, dass ich weiß, dass das nur eine Insel ist und dass man diese Insel auch verlassen kann, aber trotzdem, dass du von der Insel ganz viele Flugplätze hast und es kann jetzt in alle Richtungen gehen. Ich glaube, ich brauche einfach noch mehr Zeit zum Nachdenken, was das angeht. So viel zum Thema Bachelorarbeit. Ja, dann war ich ein paar Tage hier und dann habe ich gesagt, Freund, ich komme mit dir in deine Heimat, Town, Wuppertown, weil es hier zu heiß ist. Es war ja die ganze Woche über 30 Grad und da will ich einfach nicht hier in meinem Dachgeschoss sein. Dann sind wir zu ihm, aber wir hatten auch eine gute Zeit. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe dann noch eine Hausarbeit geschrieben. Ach, dieser Vlog wird ewig lang und es ist ein Laber-Vlog, aber egal. Weil die Zeit mir auch richtig viel gegeben hat. Ich habe die halt einfach nur dahin gelebt. Aber ich habe auch Sachen gemacht, zum Beispiel eine Hausarbeit geschrieben, vor der ich ein bisschen Bammel hatte irgendwie. Das war die in Positiv-Psychologie und wir sollten uns eine Intervention ausdenken. Und ich hatte gar keine Ahnung und auch natürlich keinen Bock, Hausarbeiten zu schreiben. Aber Hausarbeiten schreiben liegt mir mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was ich für eine Note bekomme. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich habe das runtergeratet und es ging. Und was mir nicht liegt, ist dieser Teil von wegen, ja, schreib nochmal alles über Achtsamkeit und alles Social Media. So, das mache ich, das macht mir keinen Spaß. Aber dann sollte man halt sich was eigenes ausdenken. Und ich habe halt etwas zum Thema Achtsamkeit auf Social Media gemacht. Und Achtsamkeit ist halt so ein hohler Begriff irgendwie. Was soll man damit anfangen? Aber ich habe halt überlegt und hatte so eine Idee, schon länger im Kopf, die einfach nur ein Wort war als Social Media Führerschein. Und jetzt habe ich den halt so mit Leben gefüttert. Social Media Führerschein sollte für mich was sein, was du irgendwie machst, bevor du Social Media... ...machst. Nee, das ist ein komisches Deutsch. Bevor du dich auf Social Media anmeldest, solltest du dich damit auseinandersetzen. Warum, wieso, weshalb, wo, wie willst du da auftreten und so. Ich als junger Mensch habe einfach nur gemacht, gemacht, gemacht. Nachgemacht, auch teilweise, weil es die anderen gemacht haben oder weil es große Stars hatten, wie auch immer. Und auch jetzt immer noch. Und ich glaube, junge Menschen bräuchten eine Einführung in das, was das alles mit sich bringt. Die guten und die schlechten Seiten, die gibt es beide. Und ich habe mir dann, buchstäblich innerhalb von zwei Stunden, habe ich so gebrainstormt und das runtergeschrieben. Das ist so geil geworden, Leute. Und ich habe mir dann gedacht, Nora, das ist wieder so eine Sache, die musst du durchziehen. Jetzt habe ich es ihr natürlich dummerweise öffentlich gesagt. Und jetzt könnte sich das irgendjemand klauen, diese Idee. Aber ich will schneller sein. Und ich werde dann nächste Woche oder so mal meine Kundungsberaterin anrufen und fragen, wenn man so eine Art Produkt hat, so eine Idee, wie geht man da vor. So, und jetzt Aufruf an euch. Ich brauche jemanden, denn eine, einen, wie auch immer, ist, der, die das gut Kaffee designen kann. Also so Emina-Level. Emina hat genug zu tun mit TNT und allem anderen Zeug. Deswegen wollte ich jemanden neuen fragen. Obviously. Ich möchte diesen Social Media Führerschein designen. Das soll online und offline funktionieren. Also es wird eine Printversion geben und eine Online-Version. Ihr würdet direkt mit mir zusammenarbeiten. Und vielleicht kriegen wir Führerschein, äh, Führerschein, vielleicht kriegen wir Förderung für das Ding. Das heißt, es könnte auch eine Bezahlung geben. I don't know, aber it's möglich. Und ihr kennt mich, ich träume immer big. Ich sehe dann irgendwie, wir sind im Facebook-Center. Es wird dazu irgendwie Workshops geben. jada, jada, jada. Wisst ihr, was ich meine? Also es wird eine geile Möglichkeit. Wenn ihr es drauf habt, schickt mir mal irgendwie ein paar Referenzen von euch, ein paar Sachen, die ihr schon gemacht habt. So, ganz kurz. Mein kleiner Aufruf dazu. Und nochmal, das ist nicht nur für junge Menschen, die irgendwie 12, 13, 14 sind, sondern für jeden von uns. Ich brauche diesen Social-Media-Führerschein auch immer noch. Und ihr vielleicht auch, weil man dieses achtsame Umgehen mit Social Media oft verlernt und sich nicht dauernd hinterfragt, wie geht es mir davor, wie geht es mir währenddessen, wie geht es mir danach, will ich das überhaupt gerade, wem sollte ich folgen, wem nicht, was ist mit meinem eigenen Profil, man macht einfach immer nur. Und das ist gar nicht mal so gut. Deswegen, let's make the world a little bit better with the Social-Media-Führerschein. Schreibt mir. Genau, die habe ich dann jedenfalls viel früher als gedacht, fertiggestellt, diese Hausarbeit. Und habe gedacht, okay, ich muss zwar noch eine Hausarbeit schreiben, aber gönn mir ein bisschen Free-Time. Und mein Freund und ich waren dann auch bei seinen Großeltern, die im Emmerich am Rhein wohnen. Das war sehr, sehr, sehr schön. Und die sind einfach für mich Legenden. Die sind so herzlich und lieb. Und, weiß ich nicht, ich hatte einfach eine richtig gute Zeit. Und früher ist mir so Umgang mit anderen einfach schwer gefallen. Und ich war einfach, weil ich so schüchtern war. Ich konnte Leuten nicht an die Augen gucken, ich konnte nicht richtig reden. Ich konnte nicht so richtig auch Bitte und Danke sagen, so die einfachsten Sachen. Und ich wurde aber total früh in dieses Feld der externen Familie reingeworfen, so, weil ich meinen ersten Freund relativ früh hatte. und da hatte ich es nicht immer einfach. Und jetzt mittlerweile fällt mir das aber so einfach und ich komme auch irgendwie besser an. Und ich merke einfach so, wie Selbstbewusstsein dich viel weiter bringt. Also einfach auch du selbst zu sein. Deswegen das nur noch mal so kurz am Rande. Ich wünschte, ich wäre einfach früher ich selbst gewesen, früher offen gewesen und ich glaube, das ist aber auch einfach was, was mit dem Alter kommt. Wir haben dann auf jeden Fall überlegt, wo wir nochmal hinfahren könnten. Weil immer ich am Rhein ist ja nah an Holland. Und in Amsterdam waren wir schon mal und das ist auch jetzt ein bisschen Risikogebiet, aber dann gab es zum Beispiel noch Ornheim und Utrecht oder Utrecht, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Letztendlich waren wir dann in Utrecht und wir sind die ganze Zeit mit dem Auto von der Mama von meinem Freund gefahren, was so ein Cabrio mehr oder weniger ist. Kleines Auto, aber Cabrio. Über die Autobahn. Ich habe Taylor Swift geballert und alle möglichen Musik. Wir hatten so Spaß. Ich habe da so performt. Ich habe mich einfach so, kennt ihr das, wenn man so, ich habe das oft, wenn ich Auto fahre oder Zug oder so, aber meistens, wenn ich Auto fahre und da war das extrem. Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt sterbe, ich würde glücklich sterben. Ich war so glücklich, habe gesungen und ich war frei für diesen Moment. Ich hatte keine Gedanken an irgendwas anderes. Für mich gab es nur diesen Moment und das war so wertvoll und es war so die schönsten Minuten mit oder Stunden. Ich weiß, wir waren wieder in Utrecht und was wir da so erlebt haben oder diesen ganzen Trip, den blende ich euch jetzt ein. Hallo, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie vloggen geht. Halb rechts abbiegen, irgendwie. Liebe Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Wir sitzen gerade im Auto an einer Kreuzung und wir sind heute auf dem Weg nach Utrecht. Wir sind an der Grenze zu Holland in Emmerich bei den Großartikeln von meinem Freund. Und Holland, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, diese ganzen Städte sind gar nicht so weit weg. Und in Amsterdam waren wir schon und jetzt gerade zu Corona ist das auch nicht so plittisch. So place to be. Aber wenn wir uns für Utrecht entschieden, da war ich noch nie. Und das soll das kleinere, teilweise vielleicht sogar bessere Amsterdam sein. Und dann nehme ich euch heute ein bisschen mit. Ich mach hier die ganze Zeit den DJ. Mein Freund lässt mich ein Glück und ich hau hier alles raus. Das ist ganz wichtig, also gestern hat er mich gelassen, hat er mich gelassen. Ich hab hier ein Konzert veranstaltet. Ich bin so glücklich, ich möchte mich lange nicht mehr und du bist für sie so frei in diesem Cabrio. Du singst deine Lieblingssongs und du performst und man fühlt sich einfach so frei. Kennt ihr das, wenn man das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt sterben würde, wenn jetzt was passiert, dann würde ich glücklich sterben und das habe ich die Cabrio-Fahrer und ich will nicht sterben. Gerade dann will man ja weiterleben, weil man denkt, hier ist alles möglich. Und wir fahren gerade nach Holland nach Amsterdam. Also nicht nach Amsterdam, aber ich musste so an Amsterdam denken und eine meiner Freundin studiert jetzt bald in Amsterdam den Master sozusagen von Kommunikationswissenschaften, wenn man so will. Der heißt anders, aber macht einen Master und da habe ich so gedacht, ich frage mich, ob ich es auch schaffen würde, in Amsterdam irgendwie angenommen zu werden oder eine Empfehlung schreiben zu kriegen von meinem Professor und dann habe ich so gedacht, die Möglichkeit besteht tatsächlich und das finde ich so, das finde ich so verrückte Denken. und dass diese Möglichkeit besteht, es lässt mich das irgendwie ausprobieren wollen. Ich würde das gerne herausfinden, ob das ginge, weil ich will ja kein Master machen. Von daher, das sind gerade so meine Gedanken. Vielleicht mal streuen, wenn ich dafür in Amsterdam auch kann. Ja. Also gut recht, muss man sich vorstellen, wie alles kann. Hier ist ein kleiner, kleiner Park und ansonsten schöne Gassen. Da unten ist mein Sitzung. Hier sieht es richtig aus, die Amsturnauben. Wie dann zähl dir dein Burger? Bin ich so in Flogginglaune, aber wir waren gerade essen und das war sehr bloß nicht. Die haben da gerade ein Foto von dir gemacht. Waren wahrscheinlich neu und mein Freund so und jetzt werden wir bestimmt gleich noch fotografiert. Ein bisschen später kommt die vorbei und fragt, ob sie von uns draußen, was habe ich hier, Fotos machen dürfen. Wir so, ja. Ich muss dann natürlich die ganze Zeit feiern. Ich bin so unfotogen. Es war sehr lecker. Es gab Suppe. Super hieß das. Ich verlinke das in meine Infobox. Und jetzt haben wir noch einen Brownie gekauft. Ich glaube, ich habe auch so einen geilen Brownie mal in meinem Leben gegessen. Und jetzt, wir sind eigentlich schon fast durch. Wir haben, glaube ich, alles gesehen. Wir verbringen jetzt auch nicht noch ein paar Jahre hier. Ja, ich habe dann auch kein Outro gefilmt. Wir sind dann wieder halt heim, direkt nach Wuppertal und hatten dann noch ein paar letzte schönen Tage und jetzt bin ich hier zurück in Erfurt. Ich kann mir rein und ich habe mich direkt wohlgefühlt. Ich liebe meine Wohnung. Es ist natürlich sehr heiß. Die nächsten Tage werden aber nicht mehr so heiß. Deswegen bin ich auch guter Dinge. Zwei Sachen noch, bevor der, ah nee, eigentlich, ja, egal. Bevor der Haul kommt, nochmal Bücher, die ich gelesen habe und Filme, die ich geschaut habe und dann legen wir los. Einmal alte Sorten bin ich durch. Oder macht das überhaupt Sinn, das euch jetzt zu zeigen? Ich mache ja noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, bis das du liest. Aber für die, die es interessiert, alte Sorten, habe ich gelesen, habe ich es sehr geliebt, finde ich es sehr schön. Es ist ein sehr schöner Sommerread. Mehr dazu dann, falls ihr Inspiration braucht, ne? Mehr dazu dann, du wirst, was du liest. Und dann habe ich mir das gekauft, wir waren auch in Düsseldorf einen Shopping Day machen, wo ich nichts gekauft habe, außer einen Schlupfer. Da habe ich mir das gekauft, Three Women, weil das einfach, ich wurde verführt von diesen ganzen Leuten, die hier schreiben, wie geil es ist. Und da dachte ich, du musst es lesen und bis jetzt sehr impressed. Zwei Filme, die wir geschaut haben. Einmal, beziehungsweise ein Film haben wir geschaut und ein, was habe ich gestern komplett durchgesuchtet. Der Film, Parasite, ist ja ein übelst viel besprochener Film und sehr viel Award, das ist das deutsche Wort, hat viele Awards gewonnen. Guckt euch den Trailer an, wobei man auch nicht viel durch den Trailer erfährt. Es ist einfach eine Gesellschaftskritik. Es gibt eine sehr relativ arme Familie, die ganz unten ist von der Schicht her und nach und nach fangen die an bei einer sehr reichen Familie zu arbeiten. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Wendungen und du denkst immer, okay, jetzt kommt noch was und noch was und noch was und wirklich viele Plot-Twists und das liebe ich ja und ich habe mir danach, das ist so ein Film, wo du danach noch nachlesen musst, was du verpasst hast, also irgendwie die Interpretation und so und dann denkst du dir so, ah, stimmt, stimmt, stimmt. Und einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe, weil er einfach so reichhaltig war und ich kann ihn euch sehr empfehlen. Den gibt es auf Amazon Prime, das habe ich nicht, das hatten die dort. Wenn irgendjemanden kennt, der Amazon Prime hat, oder wie heißt das? Amazon Video? Schaut es euch an. Was ich gestern durchgeguckt habe, ist Biohacker, eine deutsche Serie, die ein Freiburg spielt. Es geht um Medizin in Bio, Gentechnik, all das. Es ist super spannend, es ist aber auch lustig, es ist irgendwie studentisch, man hat Bock, jung zu sein und es ist ganz, ganz spannend. Ich habe sechs Folgen, 40 Minuten ungefähr, ich habe alle durchgeschaut. Ich konnte aber gestern auch nichts mehr anderes, außer irgendwas angucken und mir reinziehen. Das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Kommen wir zum Haul. Ich habe einige Sachen hier, teilweise aus Dresden, hat mir meine Mama mitgegeben oder von meinem Shoppingtrip aus Dresden. Die Mama von meinem Freund hatte auch viele Sachen aussortiert, beziehungsweise ihre Schwester. Ich durfte mir da was raussuchen und da habe ich auch ein paar Sachen mitgenommen. Ich dachte, ich zeige die euch einfach mal. Ich mache nicht so viele Hauls, aber gerade bietet es sich an, weil echt viele Sachen zusammengekommen sind. Unter anderem auch ein paar Beauty- und Skincare-Sachen. Ich wollte da ordentlich up-to-date halten, was meine Füße anging und meine Hände, schätze ich auch. Ich war dann bei der Hautärztin, das war auch noch zur Zeit, wo ich den Riesenpickel hatte. Äh, Herpes. Die hat mir nicht wirklich geholfen, ehrlich gesagt. Ich kam zwar gleich dran, aber irgendwie, die hat mir halt irgendwas angekreuzt, was ich mir da holen soll. Diese Creme, sie hat meinen Händen so ein bisschen geholfen, aber nicht meinen Füßen. Vielleicht muss ich noch mal zu einem anderen Hautarzt oder so. Ich habe mich echt, das ist halt schade, weil die sich nicht so viel Zeit für dich nehmen können, heutzutage, im Gesundheitssystem. Das ist manchmal nicht deren Schuld, aber, ja, diese Creme hat auch 10 Euro gekostet und ich bin so semi-zufrieden und dann wollte sie mir was, hat sie mir was empfohlen gegen Herpes und dafür brauchte man aber ein Rezept. Dann stand ich da in der Apotheke, weil das haben und die meinten, nee, sie brauchen ein Rezept und das sollten erste dann schon irgendwie drauf haben. Naja, ein paar andere Sachen noch. Ich hatte mir mal eine neue Reinigungsmilch geholt. Meine andere liebe ich zwar. Ich wollte eine, die für Gesicht und Augen ist und eine, die irgendwie aus recycerten Plastik ist, das ist diese hier von Lugona. Sie ist allerdings nicht für Augen, sie ist nur fürs Gesicht. Und das Ding, warum ich mir neu holen wollte, ist, weil ich immer gemerkt habe, okay, wenn ich mich abschminke, ist noch ganz viel Limperntusche auf dem Handtuch. Letztendlich war die Lösung dann, mir einen Augenmerkungsstück herzuholen. Als ich den dann aber benutzt habe, habe ich, wie gesagt, mein Augenproblem bekommen. Deswegen weiß ich nicht, wie gut ich den finde. Wenn ihr irgendwelche geilen Augenmerkentferner oder Entferner kennt, die gleich fürs ganze Gesicht sind, am besten so hier reinmachen und aufschauen und alles ist fertig. Nicht aus Plastik, vielleicht in der Glasflasche irgendwie so oder aus recycerten Plastik. Halt irgendwie nachhaltig. Dann schreibt mir mal. Ich mache das jetzt aber erstmal alle. Und dann habe ich immer diesen Veleda, dieses Veleda Sprühdeo beäugt. Aber das kostet 10 Euro und ich habe mir jetzt die billigere Alternative, dieses Alverde Deo Zerstolper Bio Limite und Bio Salbei aus Glas geholt und bin eigentlich recht zufrieden damit. So, kommen wir zum Haul. Also erstmal aus Dresden habe ich mitgeben lassen von meiner Mama diese Riesentasche. Ich glaube, das war mal irgendwie, ich weiß nicht, ob ich sie richtig gekauft habe. Die Förder ist Schlüter. Aber ich brauchte auf jeden Fall eine Sporttasche und da passt halt jetzt alles rein und die kann man so zerknüllen, dass die in den Fahrrad Korb geht. Deswegen ist das jetzt meine neue Sporttasche, weil ich habe sonst immer Jutebeutel genommen und Leute, ich bin ein bisschen weg von den Jutebeuteln, weil das halt nicht so schick ist. Und ich bin, ich bin ja in der Relle, ich nehme trotzdem weiter Jutebeutel, ne? Jutebeutel sind toll, aber sie sind halt nicht wirklich schick und entsprechen nicht so meinem Stil. Deswegen ist sowas als Sporttasche, auch schicker als eine richtige Sporttasche, ist sowas ganz nice. Aber auch alles relativ oberflächliches Gelabern ist nicht wichtig. Ich hätte mir das jetzt auch nicht neu gekauft, aber weil meine Mama das rumstehen hatte, habe ich das genommen. Weiter an der Taschefront, ich suche hier schon ewig eine schwarze Tasche, die auch in den Fahrradkorb reinpattete und wir waren dann eben in der Stadt und ich wusste, dass es prä-relativ nachhaltig unterwegs ist und ja, sie hatten auch diese extra als vegan ausgeschilderte Tasche. Ich meine, vegan, veganes Leder heißt halt Plastik oftmals, aber wenn die dann schon so unterwegs sind, haben sie dann oft auch irgendwie recyceltes Plastik oder so und sie war gar nicht so teuer. Ich glaube, sie war 50 Euro und das finde ich ging. Ich war auch immer auf Kleiderkreis unterwegs, aber die waren entweder zu teuer oder haben mir nicht gefallen. Es gibt halt auch so viel schlimme, schlimme Mode da draußen, wo du dir denkst, wer hat das designt? Ich finde, vieles müsste einfach ein bisschen zeitloser sein, aber es ist einfach too much auf der Welt und mit der habe ich jetzt echt meinen Spaß. Die ist schön, da passt viel rein. Die hat, das hier war mir wichtig, dass ich die so tragen kann. Die hat auch einen großen Crossbody Henkel, der nervt mich aber eigentlich. Vielleicht mache ich den irgendwie ab oder mache den rein und ansonsten bin ich richtig, richtig happy mit der. Dann kommt jetzt etwas, was nicht nachhaltig ist, aber das habe ich einfach angezogen, weil es mir so gefallen hat und wenn meine Mutter so immer Sachen anprobiert, mir ist dann langweilig, dann will ich auch was anprobieren. So, dann habe ich diese Hose angezogen und die ist einfach, diesen Träumchen. Ihr werdet die irgendwann sicherlich noch getragen sehen in irgendeinem Lookbook oder so. Die ist so mit so einem Gürtel hier und dann hat sie ein weites Bein. Diese Hose ist so schön. Die ist so 70s mäßig. Sie sieht richtig cool aus. Sie ist aber dick für den Winter. Jetzt im Sommer kann ich die nicht anziehen, höchstens abends, wenn es nicht so warm ist. Und sie ist einfach wunderschön und ich liebe sie. Ich sage euch jetzt mit Absicht, nicht woher sie ist, weil ich dafür keine Werbung machen will. Es war so eine Sache, wo ich gesagt habe, mache ich mal eine Ausnahme, glaube ich mir und dann tschüss. Und sie war von irgendwie 90 auf 30 Euro gesenkt. Und da habe ich gedacht, komm. Genau. Und jetzt noch ein paar Sachen, die ich aus Wobertal von der Mutter da aus dieser Kiste mitbekommen habe. Diesen Pullover. Der macht einen sehr schönen Ausschnitt. Das ist aus irgendwie Kaschmir oder so. Ist ein Winterding, aber habe ich mir mitgelassen. Das Einzige, was ich nicht so mag, sind diese Klitzersachen hier am Ärmel. Aber trotzdem really nice. Das ist dieser Pullover. Dann, es gab vieles in der Farbe. Diese Bluse, die ich schon richtig versaut habe, die hatte ich auch in Utrecht an. Utrecht, wie auch immer. Das ist mein neues Lieblingsteil. Das ist eine kurzarmliche Bluse. Hatte ich auch noch nicht so was. In kurzarmlich, glaube ich. Die sieht sehr schön aus. Schick und I love it. Dann dieses Top von Hugo Boss. Ich mag nicht so eng anliegende Tops im Sommer, weil da fühle ich mich immer so ein bisschen auch eingeengt. Das ist schön flowy. Es ist eine coole Color. Ich habe ja nicht so viele farbliche Sachen. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll. Und es ist auch nicht so, all diese Sachen sind nicht so, dass sie die Marke so schreien. Das mag ich nämlich auch nicht so gerne. Und letzteres. Da war ich hin und her gerissen. Ich habe es jetzt erstmal mitgenommen. Ist dieses Kleid. Das ist so lang. Und dann gibt es noch dazu einen Gürtel, der auch aus dem Material ist. Den machst du dann hier so zu. Und ich habe das dann so ganz oben zugeknüpft. Und das ist irgendwie richtig cool. Auch so mit meinem Supergo und so. Ist mal was anderes. Keine Ahnung. Schau mal, ob ich es anziehe. Ansonsten seht ihr es dann irgendwie auf Kleiderkreise. Ich habe auch eh noch ein paar Sachen hier, die ich jetzt auf Kleiderkreise stellen möchte. Mal sehen, wann ich das mache. Ist auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-List. Und letztendlich auch noch ein paar Schuhe hatte sie mir dann gegeben. Das sind diese hier, Ballerinas. Sehr, sehr spitz. Mein Freund feiert das immer nicht so. Aber ich wollte erstmal gucken, ob ich irgendwie die viel anziehe oder so. Ansonsten hat seine Mama gemeint, kann ich die auch verkaufen oder so. Also vielleicht sehen die die auch mal. Aber eigentlich finde ich sie cool. Und heute hat mich dann noch ein Paket von Organic Basics erreicht, auf das ich schon relativ lange warte. Die haben nämlich neue Sachen. Die sind schon sehr lange geplant gewesen, aber jetzt erst irgendwie rausgekommen. Mit Organic Basics habe ich ja schon öfter mal zusammengearbeitet. Mehr oder weniger ist das jetzt Werbung. Weil ich dafür auch, glaube ich, einen, ich habe einen Rabattcode und einen Affiliate-Link. Das ist dieses. Dafür stehe ich jetzt mal aus. Ich klebe am Stuhl, habe ich das gesagt. Oh Gott, ew. Das sieht so aus. Richtig schön flowy. Also für den Tag wie heute gut. Wobei, lange Ärmel bei 35 Grad. Mittel. Aber das ist genau das, was ich liebe. Es ist flowy. Es ist nicht so engernliegend. Ich verkaufe auch gerade alle irgendwie meine engernliegenden Sachen, weil ich da einen Hass kriege. Ja, und ein dunkelblaues Kleid hatte ich noch nicht. Deswegen, ich liebe das. Und auch einfach noch so ein paar schlichte Enkro-Socks. Und die sind auch, ja, ethisch hergestellt. Ist das ein Wort? Ich habe jetzt versucht, hinten das vorzulesen. Und das ist auf jeden Fall 95% aus Tencel. Was aus Eukalyptusbäumen ist. Also mega guter Stoff. Ist jetzt so das, aus dem ich alles so ein bisschen kaufen will. Ich werde nicht mehr so viel Plastik anziehen. Ich war jetzt auch viel in den Städten so. Und wenn du dann in den Läden bist, das fühlt sich alles nach Plastik an. Selbst die teuren Sachen. Da denke ich mir so, no. Not for me. Deswegen, über sowas bin ich sehr dankbar. Und auch bei den Sachen habe ich so ein bisschen drauf geachtet. Dass sie natürlich im Ursprung sind. So Leute, jetzt setze ich mich hier nochmal auf meinen Schweißstuhl. Danke fürs Zusehen. Ich mache jetzt hier einen Cut. Klar, glaube ich, das ist ja schon ein richtig langes Video geworden. Aber es ist schön. Ich glaube, ich hatte es auch mal wieder nötig, mit euch zu reden. Danke fürs Zusehen, wenn ihr bis hierher geschaut habt. Schaut in der Infobox vorbei. Da habe ich alles verlinkt, was man so verlinken kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch, wenn ich es schaffe, mit einem neuen Video. Ich glaube, ich will ein Video machen zum Thema, was ich aus drei Jahren Studium gelernt habe. Deswegen bleibt dran und folgt mir auf Instagram. Und bis bald. Und bis bald. Und bis bald. Ich. Und bis bald.